Jo Leute, was geht auf? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Reaktionsvideo. Ja, lange ist es her. Ich habe lange nicht mehr reagiert tatsächlich auf irgendwelche Videos. Heute ist es aber soweit, denn der... Ups, ich habe keinen Ton, merke ich gerade, aber egal, der ist jetzt auch eigentlich gar nicht wichtig gewesen, aber egal, ich mache ihn trotzdem an. Auf jeden Fall, wahrscheinlich sagt euch der Kanal Justin Gaming nicht so viel. Ich hoffe mal, er sagt euch was, denn auf sein neuestes Video werden wir jetzt reagieren. Ich schaue nochmal einmal ganz schnell in den Discord rein. Okay, nichts Wichtiges. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir fangen an nach dem Intro. Let's go! Und da sind wir auch schon nach dem Intro. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange rum. Wir steigen direkt rein in das Video. Ich habe es schon offen. Ihr seht es. Ihr habt es wahrscheinlich ganz... Ah, ne, ihr seht es. Ihr seht es ja nicht, weil ich habe ja noch die andere Facecam, also die andere Szene so gesehen habe ich auch noch drin. Ich würde sagen, wir fangen an. Let's go! So. So, und da sind wir auch schon bei dem neuesten Video. Das Ganze geht 9 Minuten 18. Link zum Video und zum Kanal von ihm in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an. Ich glaube, zu einem neuen Video freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich dachte gerade, jetzt kackt die Leber weg. Es tut mir richtig, richtig leid, dass keine Videos gekommen sind. Ich hatte viel zu tun mit Schule und so. Aber ich hoffe... Ah, jetzt macht er Qualität wahrscheinlich gerade. Also gehe ich mal von aus, dass er jetzt Qualität... Ja, jetzt hat er die Qualität noch beschissener gemacht. Warte mal. Ich mache mir hier ganz kurz auf 720p. Aber ich gucke immer auf 720p. Und ich reagiere auch immer auf 720p. Es dauert das zwar ein kleines bisschen. Mein Skin. Ich habe jetzt mal Robux bekommen. Moment, das erste Mal jetzt. Und ich finde ihn ganz... Es ging ganz okay. Ja, und auf jeden Fall. Ihr seht ja, in welchem Spiel wir dran sind. Und dieses Spiel spielen wir jetzt gerade. Und ja, ich habe mir das auch hier gekauft. Da kann man halt andere schubsen. Also so machen. Voll cool. Ich muss eine kleine Sache sagen. Und zwar habe ich in dem Spiel Ragdoll Engine... ...habe ich drei... Also alle drei Pässe gekauft. Es waren zusammen... ...waren das... ...habe ich glaube über 230 Robux. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wie viele das waren. Aber ich schwöre es euch, Leute. Am Ende des Videos gehen wir noch einmal rein. Äh, zum... ...zu den jeweiligen Game Passen, beziehungsweise in mein Inventar in Roblox. Und dann zeige ich euch, was ich da mittlerweile schon ausgegeben habe. Wie viele Robux... Ich werde das dann auch... ...wenn ich nicht falsch liege, werde ich das auch nachher noch mit dem Taschenrechner dann nachrechnen. Nicht, dass ich irgendwie jetzt Scheiße erzähle dann später. Aber auf jeden Fall... Ja. Wir machen weiter. Und ja. Aber das werde ich mir vielleicht... ...mächter im nächsten Video auch holen, wenn ich mal wieder Robux habe. Weil ich habe gerade noch vier Robux. Solche Bomben. Lass mich jetzt mal kurz in den Würfel. Bumm. Es sind einfach alle hochgegangen. Okay, da ist ein Hacker aneinander wie bei ihm gewesen. Ja. Da muss man manchmal echt aufpassen... Die haben ja voll hochgelaufen. Es kann... Was? Ich sag mal so, es kann manchmal sogar sein, dass dann sogar dein Roblox abgeschmiert. Und wenn dann verhüllte Leute kommen, so wie diese Hacker hier zum Beispiel. Oder die... Oder keine Ahnung. Es gibt... Die können... Die meisten Leute mit Premium. Roblox... Roblox... Äh... Premium können das auch. Egal. Mein PC macht... Kann das nicht mittenhalten. Weil... Dann wird mein Bildschirm schwarz und dann... Ende. Belastend, aber wahr. Egal. Weiter. Alter. 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 Bummer. Er spielt aber auf PC. Tatsächlich. Also so wie es sich anhört. Er nimmt nur mit dem Handy auf. Also ich sag mal so lange Zeit habe ich hier auch mit Handy aufgenommen vorher noch. Mit einem ganz alten Pounder noch von mir. Reicht. 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 Ich kann nicht mehr aufstehen rein. Ah nein. Nein. Ich muss sagen ich mag das Spiel. Ich... Ich resette mich immer so lange bis ich auf dem Tower bin. Nein. Durchgespielt das Leben. Ich komm nicht mehr weg. Drachen hier. Ja. Den Drachenfreund. Freitag... Samstagmorgen so ging halt neunester drauf. Wo findest du? Und dann werde ich den da hochladen. Einmal als Bild so und dann... Ich zeige euch den Skins dann ganz am Ende. Auf jeden Fall nochmal Entschuldigung dass jetzt keine Videos gekommen sind mit Schule und so. Wir haben jetzt wieder Schule. 2.30 auch schon. Macht voll Spaß irgendwie diese Schubsen. Wiii. Komm in die Uhr. Oh nein. Ey, das wird's. So geil wie es alle welchen Pool gelandet. Ich werde das übrigens so machen, dass ich nicht komplett das ganze Video jetzt durchlaufen lasse. Ich werde gleich einmal einfach durchklicken und ein bisschen was laufen lassen. Ich werde jetzt nicht auf das komplette Video reagieren, wenn man mal schon bedenkt, ich bin vor dem Intro kam vorhin noch. Intro bin ich jetzt schon bei 8 Minuten. Und jetzt bin ich gleich schon bei 7 Minuten. Also ich werde das gleich nur noch durchklicken, ein bisschen durchspulen und dann... Ja, ich habe hier nehme ich jetzt schon mal eine Maus. Ich werde das gleich hier unten bewegen und dann, ja, wir gucken erstmal ein Stückchen weiter. So, ich würde sagen bis 3 Minuten 30 schaue ich noch. Auf jeden Fall, das sind alles meine Emotes. Erstmal der hier. Das Wurrige ist, man hat eigentlich 6 Emotes und ich habe, ähm, und er hat 4 oder so. Nächstes Video weiß ich noch nicht, was will ich da spielen. Ah, ah. Ich schreibe einfach mal... ...nuch. Hahaha. Wer kennt es, Alter? Die, die versuchen Werbung zu machen und dann die einfach schubsen. Haha, er schreibt. Ja. Ja, Moin! Ja, Moin! Ja, auf jetzt, weil ich bin das Spiel halt... ...der ist echt cool. Ach so. Wollen wir mal ein bisschen durchklicken? Mal gucken, was das hier ist. doch spannendes passiert also die videos an sich von ihm sind halt sowieso spannend ich zeige euch die gleich mal ein bisschen sagen wir noch hier bin ich aber sagen bis zu dem ende des beiden ich glaube jetzt läuft er erstmal nur ein bisschen rum schuss vielleicht ein paar leute und dann ok leute ich würde sagen wir zeigen uns wir schauen uns immer das an wo er noch den skin zeigt und dann weiter ich zeige euch jetzt mein avatar also das hier ist jetzt mein avatar ist mein outfit aber auf filme angelegt und hier meine ganzen gesichter ich habe eins drei vier fünf sechs sechs stück habe ich gekauft hier sind dann noch meine 1 2 3 4 4 black champion habe ich glaube ich auch für die charakter sachen habe ich glaube ich habe das adidas den adidas pulle und diesen gürtel das war jetzt belastend egal ich habe jetzt gleich essen wir werden auf jeden fall auch ein link dazu hat da hat da oben bin sogar ich dieser jammeyer da oben jan unterstrich meyer 2021 das ist mein account ich bin schon meine zwei freunde drinnen und ja da ist auf jeden fall justin gaming offiziell also ich kann mit scheuen würde ich mich verabschieden bis zum nächsten mal das urige ist er hat gesagt ihr könnt ja gerne join per namen wird nur nix denn du brauchst tatsächlich du brauchst den link dafür und er hat 1097 aufrufe krass auf jeden fall dieser stelle und ja ich würde einfach mal sagen das war's mit dem video haut rein bis zum nächsten mal achso bevor ich noch eine sache vergesse ganze sachen disco technisch das kann channel von ihm also das kommt legen von ihm ist drinne mein link ist drinne und sein kanal wird auf jeden fall mit reinkommen also diese drei sachen werden drin sein und ja ich würde sagen das war's mit dem video haut rein bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal